Moin Leute, Muitzi hier. Im heutigen Video geht es mal wieder um X-Defined und dessen Launch, denn diesbezüglich gibt es ein paar schlechte, aber auch ein paar gute News. Und zwar ist X-Defined offensichtlich noch nicht released und das obwohl das vor langem angekündigte Turnier vom YouTuber Ludwig gestern Abend stattfand. Über dieses Turnier hatten wir ja bereits gesprochen und zwar ging es dabei darum, dass einige Pros gegeneinander die verschiedensten Games um einen Preis von 100.000 Dollar gezockt haben. By the way waren für mich da nicht viele bekannte Gesichter dabei. Der einzige, den ich so wirklich kannte, war halt Ace U, der Rest war mir relativ unbekannt. Wie dem auch sei, war eins der Games, welche gespielt wurden, X-Defined und dementsprechend galt als einziger Anhaltspunkt für ein mögliches Release-Datum von X-Defined dieses Wochenende oder kurz davor. Nun hat sich das jedoch erledigt, denn das Turnier fand ohne, dass X-Defined released war statt und X-Defined wurde halt auf einem privaten Server gespielt, welchen Ubisoft für das Turnier bereitgestellt hat. Wer Bock hat, sich den Stream im Nachhinein nochmal anzusehen, ich packe euch den Link dazu in die Videobeschreibung. Wie dem auch sei, gibt es immerhin auch noch etwas Gutes zum Launch von X-Defined und zwar hat der Content Creator Clayton getweetet, dass er sich fragt, wo X-Defined bleibt, da er es nicht mehr abwarten kann. Mark Rubin hat dann auf diesen Tweet reagiert und gesagt, dass er sich ebenso gewünscht hätte, dass sie es am Wochenende released hätten, aber sie leider noch nicht so weit sind. Weiterhin sagt er, dass sie X-Defined jedoch nicht Shadow Troppen werden, was bedeutet, dass sie kurz vor dem Launch noch einmal Bescheid geben werden, wann es genau kommt, sodass man es eben preloaden kann. Bislang wurde ja eigentlich eher vermutet, dass sie es eben doch Shadow Troppen, da bis auf das Zeitfenster Sommer, was natürlich riesig ist, noch so ziemlich gar nichts genaueres zum Launchdatum gesagt wurde. Dass das nun aber doch nicht passieren wird, ist definitiv eine sehr geile Sache, da man sich, wenn es soweit ist, somit darauf vorbereiten kann und man nicht ins kalte Wasser geschmissen wird und ganz plötzlich und vielleicht erst ein paar Tage später erfährt, dass X-Defined jetzt draußen ist. Laut der Aussage von Ubisoft, dass X-Defined noch in der Sommerzeit kommen soll, haben sie also noch fast drei Wochen Zeit bis zum Release. Man kann halt nur hoffen, dass sie dieses Zeitfenster auch noch einhalten können. Wie dem auch sei, werde ich das Ganze auf jeden Fall weiterhin im Auge behalten und euch sofort Bescheid geben, wenn X-Defined released wird. Wenn ihr also neu hier seid und das nicht verpassen wollt, dann lasst auf jeden Fall gerne ein kostenloses Abo da, denn hier wird zukünftig auch noch extrem viel Content zu X-Defined kommen. Wenn euch das Video soweit gefallen hat, dann lasst gerne auch noch eine Bewertung da und ansonsten bedanke ich mich noch fürs zu Ende schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.